Metal Peloton Freunde, schönen guten Morgen. Heute ist der letzte Tag an der Nordseeküste. Es geht von Cuxhaven nach Bremerhaven und da ein Stück darüber hinaus. Wird bestimmt eine schöne Etappe. Die Unterstützung der Support kommt heute von Thomas Gizmodirx. Tremonti Radical Change ist seine Nummer. Spur ich gern. Von unterwegs gibt es wieder Infos, Bilder und Mitschnitte. Habe die Ehre! So, nach drei Wochen hier oben im Norden kann ich drei Bilder von Deutschland zeichnen. Deutschland ist eine Insel. Das Nationalgericht, das Fischbrötchen und die Hauptstadt. Das war gut! Das sieht gut aus. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Der Tapetenwechsel ist angesagt, durch Cuxhaven sind wir durch, Bremerhaven haben wir eben verlassen. Das heißt, jetzt geht es dann weiter auf dem Weserradweg und darum, ja, ein bisschen andere Eindrücke, Zeit ist geworden. Bis morgen!